Ah, das ist ja mal schon wieder schön. You are Thor Insta-Log, Neve Insta-Log. Passt. Poseidon hat Gott sei Dank noch Poseidon genommen, also bevor er Cupid, der ADC wollte, aber gut. Und die haben 3 Mages und 2 Hunter. Okay. Ist okay. Wenn ich Medusa und Apushe, das quält mir nicht. Naja, mal schauen, was draus wird. Läuft die auch noch mal überhaupt? Ja, tut sie. Gut. Ich hoffe, der Thor hat keinen Autokauf an und kauft jetzt keine Jungle items. Naja, wird das noch was, Neve. Na. Na. Ja, schon lange hat geladen. Okay, Apushe wird Mitte gehen. Oh, Medusa Solo. Ne. Hä? Wer geht bei den Jungle hin? Ich sehe da gerade keine Logik hinter. So. Gut. Gut. Ich bin nicht reingekommen. Und der hat Autokauf an. Ich bin nicht reingekommen. Ich bin nicht reingekommen. Ich habe trotzdem das gleiche Bild, das ich jetzt nehmen würde. Hbertun. Hier. Da. 태fe. Äh. Tttttt diverse. Wasацana. Sehe jemand now? Erstament! Retriebe nach Flamen! Ne. Was macht Thor denn da? Ja. So, schwing dein Hämmerchen, Balloner. So. Poseidon, du hast da Ymir und Thor. Dann nehme ich jetzt zwangsweise mal eben, solange Thor noch nicht weiß, was er will. D-Lane. So. 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 abhushen in der mitte der jetzt so weit rausgegangen ist dann ja jetzt natürlich nicht gut nur was wieder rechts ok warte mal deren mannequin muss doch eigentlich da sein oder natürlich ist das da und so ein Hämmerchen werfen ok das hat nochmal schön geklappt jetzt noch du die du die du die da du die da du die da du die da die da die du kann man ja den tor rauswerfen und wieder hochheilen erstmal ok das ist unsicher irgendwie das war eine gute kämpfe und ich bin auch nicht ich bin auch nicht und ihr ging es verschwendet so heute wäre dann der frucht bauen physik an die hier bauten nicht leisten mit so ich bin eigentlich meinen mal aber und Deine rechte Tauere ist unter Attacken. Ein Alli hat geschlagnet. Döp Döp Art und Verbrüche Die Ohre z French Ein Alli hat geschlagnet. Ein Alli hat geschlagnahmt. Rumor in Victor! Das ist schade. Das ist schade. Die schwarze Tauere ist unter der Hand. Die schwarze Tauere ist unter der Hand. Flossbund. Hmm. Gut. Dafür, dass wir drei gegen fünf gerade spielen, ist ziemlich einfach noch zu unserem Gunsten. Schau nach der Level 6. Wo ist die Hele überhaupt? Natürlich habe ich jetzt Camara-Camp mehr. Damnit. Gut, da haben wir das noch da. Das passt mir gut. Ach, der Mannack ist ja auch da. Die hat ihre Ult einfach so eingesetzt. Warum? Hör mich! Ich kann nicht mehr. Warum legt das gerade so? So, Igitt. Hör auf, Slackenspiel. Es ist noch spielbar, aber es laggt. Aber ich frage mich warum. Die Aufnahme läuft ganz normal, wie sonst auch. So. Ah, okay, wer ist raus? Äh, Nuva. Soll mir recht sein. Aber Slack ist ein bisschen ekelhaft. Ist blöd. Come on, Hema. Lipp hier. Das war knapp. Do-di-do-di-do-di-da, do-di-da. Trieb der mich über... Ach, wieso habe ich Lifestyle? Oder es ist Natural Regeneration. Ah, das habe ich auch gemacht. Ah, yeah. Nehmen wir doch noch da die XP mit. So. Der lebt ja schon wieder. Ah, okay. Rückzuck. Strategisch, aber nur. Hö, hö. So. Dann hat er gekauft. Hier, Physik, nur Physik, Schaden, die haben sie. Guardian Mail. Komm. Gib mir nämlich Guardian Mail. So. Beide auf. Enemie, links. Unstoppabel. Geht hier mich auf Angriffs ein bisschen? Nö. Doch. Ein bisschen. Also, wenn wir das jetzt echt gewinnen, dann lache ich. Geht hier mich auf Angriffs ein bisschen. Was ist das? Entschuldigung! Seid richtig zurück! Seid richtig zurück! Seid richtig zurück! Reaktion! Ein Alli hat geflogen! Rallye! Hier! Bleib auf mich! Geflogen in Alli! Das war riskant! Halt mich! Immortal! Du schaust mich! Geflogen zurück! Ich bin nicht so leicht geflogen! Seid vorsichtig! Ich bin nicht so leicht geflogen! Ich bin nicht so leicht geflogen! Ein Feind hat geflogen! Ich bin nicht so leicht geflogen! Ich bin nicht so leicht geflogen! Ich bin nicht so leicht geflogen! Ein Feind hat geflogen! Schau ich nicht! Schau ich! Ich bin Courten!! Okay, Torcemos! Anfänger! Ich bin so leicht geflogen! Was ist das denn? Führer-Giante! Ein technischer Führer! Führer! Ist das alles, was du brauchst? Zurück! Ein Feind hat getrunken! Bezauber! Ein Feind hat getrunken! Du-di-du-du-di-du-di-du! Joa! Ich wollte ja eigentlich den kleinen Account üben, wie man mit Loner Jungled. Gut, mit einer Nacht oder mit einem früheren Morgen. Und mit einem so kleinen Account soll ich es glaube ich nicht machen. Ja! Ah, kriegt der Push noch? Mach! Na, mach da den! Na! Komm! Mach! Ich habe nicht getrunken. Du-du-du-du-du-du-du. Zu meinen Weg! Ach ja, hat er den Tor gemacht? Ja, hat er gut. Ja, das war jetzt irgendwie langweilig, größtenteils mindestens, und hier meine 6 Siege jetzt endlich, Halleluja, wie gut das der Account an Level 30 ist, das hätte ich jetzt auch League machen müssen. Smile Gems, so 250 für 150 hat mir Ballona gekauft, das hätte ich 400 gehabt, ach come on, da ist ein bisschen Erfahrung, das hätte ich mir noch geben können. Tor für Feeding, Nief für AFK, und Nuwa, was er ausgegangen ist, so. Äh, Alter, Medusa und Shabalanka haben beide saumäßig gefeatet bei denen. Okay, damit wäre es wieder gewesen an Matches auf dem kleinen Account und für die Aufnahme, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann, wenn es wieder Jumps gibt, oder wenn ich wieder Lust habe. Äh, ja, gut, tschau! 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 will